1, 2, 3, 4 Ich grüße euch. Heute zeige ich euch den Maskulin Shamba, wie versprochen. Den kann man jetzt in mehreren Variationen spielen. Ich zeige euch heute zwei Variationen. Aber erst mal das Grundmuster. Die Hände spielen die ganze Zeit abwechselnd. Und jetzt werde ich mal langsamer. Ich mache es mal langsamer. Und zwar, ich spiele das Muster zuerst mit Bessen. Und zwar, wir haben... Also, jetzt gehen wir es einzeln durch. Rechts die Haupthand, meine Haupthand ist rechts. Die ersten drei Schläge im Bass. Und die Hände, wie gesagt, immer abwechselnd. Nebenan. Nochmal. Nochmal. Ihr merkt schon, auf der Höhe sind dann betonte Schläge. Gesungen werde der so gehen. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Da, 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 dam. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Da, 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 dam. Also nochmal getrommelt. Die betonten Schläge auf der Höhe sind drei Stück, beginnend mit der Nebenhand. Dann hast du nämlich die Haupthand gleich wieder frei, um wieder neu zu starten. Jetzt spiele ich das langsame Tempo mal etwas länger durch, damit du vielleicht mitspielen kannst. Drei, vier. Alright. Das ist Variante eins mit Bass. Die beiden Rhythmen der feminine und der maskulinischen Amber zusammen sind wunderbar. Die ergänzen sich wunderbar und spielen schön miteinander. Jetzt zeige ich dir noch die andere Variante. Das gleiche Schlagmuster, nur am Rand gespielt. Klingt dann so. Ich mache es erstmal schnell, dann werde ich langsamer. Musik. 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 das ist der maskuline Scharmba ich werde jetzt euch zum Schluss des Videos ein paar Variationen damit spielen, damit ihr ein bisschen auf den Geschmack kommt und ein bisschen in den Groove reinkommt und damit endet dann auch das Video und ich wünsche euch viel Spaß beim Trommeln, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach und habt einen wunderbaren Tag und viel Spaß mit diesem Scharmba ich beginne langsam und werde schneller Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein schönes Tag euch, ja?